Okay, zuerst, zuerst, ich habe gesehen, viele Frauen sind hier, so auch viele Mutti, ein Dicke Kutz von den Trainern, der Meister. Und wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! FC Bayern! Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Und deswegen sind wir Leister und nicht nur von München, nicht nur von München, auch von Kölschentierchen, auch von Bremen und auch in Hamburg. Wir sind die Beste von Deutschland und die Leister und die Leister und die Leister und die Leister. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!